Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Story Cyberslöpfen. Wir treffen uns im K-Café, okay. Und auf dem Mon ist ziemlich außer... Wie ist der durch die Tür gekommen? Äh, egal. Aber okay. Ähm, im letzten Part ist wieder einiges passiert. Wir haben Kentarus-Mon, ähm, besiegen können. Ob es wirklich jetzt uns beitritt oder nicht, wissen wir nicht. Es ist auf jeden Fall erst mal mit Rena mitgegangen. Danach sind wir nach Asakusa gegangen, wo wieder Itha waren und Arata hat einen der Itha aufgenommen in sich. Hat jetzt einen merkwürdigen Arm, der aussieht wie ein Itha und hat sogar Galantmon angegriffen. Galantmon wollte ihn erledigen, aber wir haben ihn aufgehalten im Endeffekt. Oder es versucht. Und ja, Arata ist dann weggegangen und hat gemeint, er wird jetzt noch mehr essen, bis er auch irgendwann Royal Knight essen kann. Also, Arata hat irgendwie, äh, ist vollkommen durchgedreht. Wollen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Na gut, es gibt noch fünf Royal Knights. Oh, Eggzan, Duft, Gunas, Klenia, Moon, und Lorda Knight. Was mit Alphamon? Sein Alphamon heißt ja einfach anders. Es ist so, wie ein Name, und wie ein Mann. Wie ein Mann ist so, wie ein Mann. Hey, Omega, du hast wirklich keine Royal Knights in diesem Sinne, die Royal Knights in diesem Sinne geben. Aber Sie haben wirklich keine Räumen? Ja, es ist möglich, dass sie sich an den Mann zu bewerben. Es wird wohl nicht die Räume abgeben. Aber wenn meine Zählung richtig ist, dann haben wir zumindest sechs, die auf unserer Seite sind. Ähm, Gantaros, von abgerechnet sind es immer noch fünf. Das heißt, fünf gegen fünf. Oh, das stimmt. Dann können wir es mit diesen Mitgliedern machen. Aber ich glaube, dass ich nicht nur die EG-Gamon in der anderen Seite kümmern kann. Ich glaube, vielleicht ist auch der Lorde-Night-Moon in der Spiegel. Hä? Das ist so? Wie versteht das? Das ist doch so! Obwohl, dass ich mir das hier klingt, dass ich die psychische Kräfte aktiviere? Wenn ich die Zeit von der Zeit verabschiedet habe, habe ich in der Anwärmung eine IP-Ausung geschafft. Das ist das, was ich für die Road-Night-Moon nicht erwähnt habe. Nein, die Road-Night-Moon nicht so hoch ist. Die Examen in der Angst vorhanden sind, das nicht möglich ist, dass sie sich nicht beobachten kann. Ich glaube, dass ich in der Zeit, um irgendwelche Gelegenheiten zu nutzen, um zu nutzen. Das heißt, Exxamon ist auch ein Digimon der Royal Knights mit der höchsten Kampfkraft der Royal Knights mit der höchsten Kampfkraft. Ich glaube, dass ich die Bewegung des Lord-Night-Domons nicht verletze. Ähm, genauso eben wie Alphamon. Lass uns mit der, was auch immer gerade richtig anfühlt, Strategie. Entschuldigung. Das ist alles, was auch immer mit allen anderen Anwälten ist. Das ist alles, was auch immer mit allen anderen Anwälten ist. Hä? So, so, so? Ja, so, so, so! Hihihi, okay, wirklich! Oh, Kumpel. Ja, was für ein paar Idioten, selbst um niemanden. Hm, hm. Ich möchte mich, dass ich in der Lage bin, dass ich aus dem Geschäftsführer unterstütze. Ich glaube, dass ich in der Lage bin, dass ich mich auf dem Geschäftsführer steigere, glaube ich. Okay, das Gespräch ist終了! Das ist jetzt sofort! Ja, hast du vorhin eine Frage? Hahaha Was ist das, was wir tun? Das ist das, was wir tun. Ja, das ist Omega-Momo. Einmal ein, was wir tun. Ja? Nokia, wenn er will, kann er sich nicht mehr auf den Weg bringen. Aber hier ist es. Ich bin tot. Ich bin tot. ... und wir werden uns nicht in der Hand geben. Soll ich mich nicht mehr auf einmal, Omega. Ach, vielleicht kommen wir nach weiter. Ah, ich bin schon klar. Ich habe mich nicht mehr als Menschen zu wissen. Ich war immer noch immer noch bei einem Garten, dass ich mich in der Kaffee mit einem Meeting-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest-Fest. Ich habe nicht mehr zu sagen, was ich nicht verstanden habe. Ah, ja, gut. Du bist so großartig, also du bist so großartig. Logia, du bist wirklich so großartig, oder? Hm, naja. Du bist so großartig, aber nicht so großartig. Development muss ich halt auch mal irgendwann machen. Ne, dann zwei. Okay. Weiter ist erstmal hier nichts. Wir können nochmal ein paar Mittels verkaufen. Nur 2300 Yen, warum nicht? Aber noch haben wir keinen neuen Meilenstein erreicht, Harren. Na gut. Hat jetzt auch nicht erwartet. Gehen wir nochmal kurz zum Digi-Labor und stellen nochmal das Training ein. Ähm, ich muss nur mal kurz gucken hier. Ankylomon, wie viel der fasst jetzt? 143, Intellect 61. Ich muss dir leider noch ein paar Mal den Tough Course einbringen, aber das geht schon. Und wenn Cam sinkt, mein Gott. So. Train Tough Course. Kann ja mal kurz gucken. Ups. Ja, damit kann ich Cam zum Beispiel wieder steigern. Ne, man wills anscheinend nicht. Aber gut, das wollte ich jetzt auch nochmal testen. Ähm, hey Tramon, wie sieht's bei dir aus? Dir fehlt halt echt noch einiges, ne? Aber okay, das kriegen wir hin. Ansonsten Ankylomon. Mal kurz gucken. Def 75. Das krieg ich vielleicht tatsächlich eher hin. Wenn dem der Fall ist und angemessen, äh, noch ein Level steigt und dann Def 75 kommt. Und dadurch dann sogar genug Punkte hat, um zu digitieren, dann kann ich ankylomon direkt wieder weg holen. Okay, wir haben neue Quests. Kind-Hearted-Girl, Candy-Store, Broadway, dritter Floor. Ich habe einen Metallgramm gesehen, als ich draußen rumgelaufen bin. Es hat sich so, äh, es sah so... So kalt und traurig aus. Achso, würdest du jemanden, ähm, in der Decke bringen? Oh, das ist ja nett. Gerne. Hey Detective, ich habe, ich musste dich mal was fragen. Ähm, als ich in Genuke mit meiner Mutter war, ähm, habe ich diese mysteriöse, marienblaue Kreatur gesehen. Und wenn ich gesagt habe, ähm, wenn ich mich als mein Freund gefragt habe, hat er gesagt, das ist ein Metallgraymon. Oh, ein blaues Metallgraymon aber. Jedenfalls, äh, sein Gesicht hat sehr traurig aussehen und er hat gesehen, als würde er frieren. Okay, also möchte sie... ...hier mal in der... ...Decke bringen. Ich frage einfach nur deinen Babysitter, ob du es kaufen kannst. 10.000 Yen. Ja. Schau dir ihre Augen an. Kannst du es nicht besser machen? Okay, okay, du hast mich. Will ich den Preis noch ein bisschen senken. Willst du das nehmen? 6.000. Ich glaube, ich kann das noch weiter hintragen, aber ich kaufe das jetzt für 6.000. Ich möchte das jetzt nicht irgendwie verlieren. Wahrscheinlich hätte man das wirklich ewig weit runtertragen können. Aber 6.000 ist halt überhaupt nichts. So, wo hat sie gesagt, ist das Ding? Shinjuku. Okay. Auch noch Shinjuku. Wäre interessant zu wissen, wie weit man das runtertragen kann. Vielleicht schmeißt das einem im Endeffekt dann mal nach. Dass man es einfach umsonst kriegt. Aber ich will jetzt auch ihn nicht komplett ausrauben. Statt 12.000, 6.000 zu bezahlen. Das ist vollkommen in Ordnung. Kann auch Odaibug gehen. Oh, tatsächlich, da waren wir noch nie. Ah, da will ich jetzt auch noch nicht hin. Shinjuku. Wo haben wir denn hier einen Metallgreymon? Hier hinten vielleicht? Nee. Zwei Virus, Digimon in Royal Knights. Metallgreymon, wo bist du? Wahrscheinlich doch da hinten, wo ich wieder mit Stealth-Hight durch muss. Ah, da. Hi. Äh, verdammt. Hä? Was ist das? Wenn du nichts möchtest, dann geh einfach weg. Ich beiß dich. Was? Ich beiß dich. Hä? Das kleine menschliche Mädchen hat das für mich geholt? Ich sehe so kalt aus. Sie hat mir... Sie hat dich gefragt, das mir zu bringen? Wow. Das ist so verharmt. Aber um ehrlich zu sein, war mir gar nicht kalt. Nachdem ich zu dieser Welt gekommen bin, äh... Achso, hatte ich Angst, dass mich irgendwelche herzlosen Menschen angreifen würden. Also habe ich meinen Körper schnell geändert. Aber weil ich die Änderungen an meinem Körper zu schnell gemacht habe... Ach nee, weil ich die Änderungen zu schnell gemacht habe, hat sich mein Körper jetzt noch nicht daran gewöhnt. So kann man das sagen. Also hatte ich in letzter Zeit ein paar Schmerzen, äh, in dieser Art. Vermutlich habe ich deswegen so ausziehen, das würde ich frieren. Aber das ist... Äh, dieses Tuch ist wirklich sehr warm. Menschen sind tatsächlich sehr nett. Also, könntest du bitte das dem kleinen Mädchen geben, bitte? Eine alte Musikbox. Und bitte sag ihr, dass ich mich für das, äh, Tuch bedankt habe. Das ist an sich ein relativ kleines Metallgreymon. Nur mal so. Aber cool, es gibt auch unterschiedlich große. Wir kennen ja zum Beispiel das Argumon, ähm, von Tai. Was ein bisschen, was kleiner ist als ein normales Kind. Aber dann gab es ja auch noch das große Argumon. Ähm. Vor allem aus dem ersten Digifilm. Was einfach mal mega groß war. Genauso wie das Greymon. Das war auch einiges größer als ein normales Greymon. Und ja. Vielleicht ist das mit dem Metallgreymon auch so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war es nicht sehr groß. So, dass das Gute ist. Floor 3 können wir hier direkt ansteuern. Und hier, wir haben die alte Musikbox für dich. Ah, Detective, das, äh, Tuch nicht mehr. Also hast du die Kreatur dann gefunden? Nee, richtig? Weil, hat er sich darüber gefreut? Wirklich? Das ist toll. Hä? Die Kreatur gibt mir ein Geschenk. Ah. Merkwürdig geformte Musikbox spielt einen süßen Ton von, äh, aus der Hand des Mädchens. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber zu irgendeinem Grund fühle ich mich ganz warm und, äh, ja, tingli. Kitzelig, wenn man es so sagen will. Wo es ein bisschen kalt ist, das ist merkwürdig. Herr Tief, danke, dass du den Fall angenommen hast. Ähm, verstehst du? Ich werde morgen nach Hokkaido umziehen. Ich hab mich traurig gefühlt, alle meine Freunde hier zu lassen, aber, da ich das jetzt höre, fühle ich mich besser. Hm. Okay, Ido. Aber wenn ich nochmal wüsste, wo das nochmal war mit den Kindern, wo die ursprünglich alle gewohnt haben. War das ein No-Diber? Kann durchaus sein, dass das ein No-Diber war. Na gut. Ähm. Diesen Fall abgeschlossen. Ähm, kriegst du auch immer zu, ähm, äh, ja, hast du auch schon mal einen, hast du dich auch schon mal ganz plötzlich nostalgisch gefühlt, als du eine Musikbox angehört hast? Hm, ich auch. Aber mach doch keine Sorgen, ich denke nur laut. Okay. Ja, es gibt auch eine Musik, äh, oder beziehungsweise ein, was erinnert mich die Musikboxen auch immer. Auch wenn vielleicht einige da wieder sagen, äh, beim Exo, ne Exo? Star Ocean, The Second Story, ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, einfach beim meisten und... Renas, Renas Theme. Als Musikbox-Version auch. Ah, da krieg ich jedes Mal Gänsehaut. Na gut, wir sollen jetzt hier irgendwas machen. Ich hab jetzt den Case überhaupt nicht gelesen, aber... Anscheinend sollen wir hier reinspringen. Dann machen wir das. Zack. So. Schauen wir uns doch mal um. Was können wir hier finden? Ein Grollmon. Und da unten eine Truhe. Salomon ist auf Max-Level. Okay, da muss ich mich dann drum kümmern. Gehen wir erstmal da links rein. Damit komme ich nämlich hoffentlich zur Truhe. Wunderbar. Wie sieht der Grollmon gerade eigentlich aus? 97% Cam. Bestimmt, bis auf den die Daten wäre ja jetzt nichts. Da ist Garomon glaube ich dann auch K.O. gegangen. Oder? Ist Garomon am Ende noch K.O. gegangen? Ich weiß es nicht mehr. Äh, das ändert mich gerade wieder. Ich sollte mal noch ein paar Items kaufen. Vor allem solche... Ähm... Heil-Items gegen... diesen blöden Status. In den Dot-Status, dieses glaube ich. So. Zunächst aber kurz mal hier rein. Und Salomon digitieren lassen. Achso, das war auch Camp 25. Okay. Na komm Salomon, dann kommst du nochmal kurz mit. Ich hab ja genug Platz. Und ansonsten... Was ist das Clejnerци? Ist, warum? 50- 500 K.O. und 50-100 K.O. 志 Nao. Dann soll ich dich eh erst mal zu irgendwas anderem machen. Na gut, mal schauen. Vielleicht delegitier dich erst nochmal. Ich brauchst noch so viel HP. Ah, du bist echt bescheuert zu trainieren, weißt du das. Mega Caputeremon, war noch Def 95. Ist auch okay, weil du bist im genau richtigen Ort dafür. Ansonsten... Das mal zum Solamon. Du wirst... Nochmal zum Tankmon, ich hab keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich alles noch brauche, aber... Tankmon sieht ganz okay aus. Von wegen den Digitationen, die mir da auch noch fehlen. Ansonsten... Ansonsten... Woodmon kann zu Pumpkinmon werden. Wird dann aber erstmal wieder zu Woodmon. Weiter zu digitieren. Gargumon... Gargumon... Cubimon... Okay. Und falls du kämpfen willst... Und falls du kämpfen willst... Dann fahr ich auch kurz nochmal Salamon mit rein... Und dann fahr ich auch kurz... Du bist hier wegen dem Job richtig? Danke, dass du den angenommen hast. Die Wahrheit ist, in letzter Zeit hat mein Meister sich nicht gut gefühlt. Und... Ihr Appetit ist weg und... Sie hat... Seitdem ihr Essen nicht mehr gegessen. Wenn es weiterhin nichts mehr ist, so in dieser Art und Weise... Bin ich sicher, dass sie einfach umfallen wird. Also habe ich nachgedacht und wollte ihr ein paar ihrer Lieblings... Äh... Nudeln machen. Also als ich gegangen bin und mehr Knochen für die... Äh... Für die Brühe gesucht habe... Achso. Und dafür brauche ich mehr... Äh... Knochen, um die Brühe zu machen. Und deswegen würde ich gerne, dass du einen von Okramon bekommst. Ich bin sicher, Okramon ist hier irgendwo. Okay... Soll ich den jetzt so finden oder ist der irgendwo direkt? Das ist definitiv kein Okramon. Was war nicht die Eiswolfclaw? Seine Eis an der Wolfskralle oder seine Eiswolfskralle? Das ist eigentlich der... Atemangriff, den er hat, oder? Achso, come on. Perfekt. Na du? Hm? Was möchtest du von mir? Blabliblub, blabliblub. Albus ist von Gromon geschickt, um einen Knochen von mir zu... Äh... zu... Auszuleihen. Das könnte ein Problem sein. Verstehst du, dieser... Äh... Dieser Knochen ist eine Trophäe, die ich von Skygromon bekommen habe, weil ich ihn besiegt habe. Ich kann sie nicht einfach, äh... Ja... Liegen lassen... Äh... Manchmal. Ah nun, Gromon ist ein Freund von mir. Wenn du es auf diesen Art und Weise hinstellst, dann denke ich, es ist okay, wenn du erst mit mir spielst. Wenn du mich besiegst, dann kriegst du den Knochen. Einverstanden? Jawoll. Gern doch. Ein nettes Okromon. Will zwar kämpfen, aber ist nett. Amelwack. Aua. Das hört ganz schön weh. Oh, jetzt fällt auch einiges aus, wie es aussieht. Aber ich habe auch das gleiche Gefühl, dass das hier ziemlich wehtun wird. Ach du Schande. Okay, okay, okay. Ähm... War Gromon. Und Rise Gromon. Ihr zwei dürft mal in den Kampf gehen. Das Ding haut nämlich tatsächlich ganz schön rein. Und hält auch ziemlich viel aus. Deswegen... Great Tornado! Boom. Oh jetzt, das sieht doch schon besser aus. Und nochmal ein Grand Cross hinterher. Und da haben wir ihn auch. Oh yeah. Wird Level Up für die beiden. Wunderbarst. Hm. Ich habe ganz schön geschwitzt. Ein Versprechen ist ein Versprechen. Denke ich. Hier nehmen. Äh... Sei sicher, dass du... Achso, dass du Gromon sagst, er sollst wieder mir zurückbringen, wenn er fertig ist. Hä? Damit soll gekocht werden? Was? Seid ihr verrückt? Ja, irgendwie... Anscheinend schon. Ich wundere mich auch gerade, warum er das unbedingt Nokomon-Knochen da verbraucht. Aber... Okay. So. Ich fühle mich nicht so, als würde ich die Farm unbedingt sauber machen. Vielleicht sollte ich Meree sagen. Kommt, Meree kümmert sich mal um euch. Also hab dich nicht so. So, bringen wir Gromon den Knochen. Der wird sich bestimmt freuen, dass er jetzt mit einem Okomon Knochen kochen kann. Ich weiß nicht, dass wenn man eine Nudelsuppe macht, man halt Hühner benutzt, aber einfach nur Knochen? Ob so ein Dinosaurier Knochen wirklich da hilft? Ich hab keine Ahnung. Ich geb mich jetzt, was Hoffnung angeht, äh, nicht so aus. Übrigens, als Wolfskralle hatte er sogar im PSP-Spiel und da war es tatsächlich geatet. Aber egal. So, du hast den Knochen. Ah, das ist perfekt. Danke dir. Ähm, damit sollte ich in der Lage sein, äh, die Nudeln fertig zu machen. Warte einfach eine Sekunde. Er kocht halt echt Nudeln. Fertig. Ich habe Nudeln fertig gemacht. Ähm. Ich wünschte, du würdest das zu meinem Meister in Eden bringen. Okay. Wo ist er? Ähm, du möchtest, dass ich ihm das in Person bringe? Das könnte ich nicht. Das ist zu, äh, zu beschämend. Das ist das erste Mal, dass ich meinem Meister ein Geschenk gemacht habe. Verstehst du? Mein Meister sollte am Eingang von Eden sein. Also, wenn du dir kein, wenn es dir nichts ausmachen würde. Oh, ist das schüchtern. Ah, okay, müssen wir nach Eden kurz. Da kommen wir aber natürlich von hier nicht rein. Machen wir hier ein bisschen weiter mit den Overkills. Aber mit Tiger-Rumon ist er fast fertig. Mit einem weiteren Levelabtank bekommst du deine MP wieder. Und ansonsten ist er auch wieder auf Camp 100. Prozent. Perfekt. Habe ich jetzt eigentlich... Ja, ich habe drei Digimon, ne? Okay, jetzt die drei nach vorne packe. Könnte ich dann jetzt... Was brauche ich denn dafür? Ich will nur mal kurz gucken, was ich dafür brauche eigentlich. Hm... Player? Hacking Skill? Five or more Digimon, which are mega. Okay, ich brauche fünf Mega-Digimon dafür. Ist ein bisschen viel, aber okay. So. So. Bringen wir schnell die Suppe noch nach Eden. Äh... Ja. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So, hier meine Eden. Eingang. Und da ist auch schon der Meister. Hi. Hä? Wer bist du? Was möchtest du? Ich bin in schlechter Laune. Lass mich alleine. Was ist das? Dudeln? Du bist doch ein... Ich kenne dich doch überhaupt nicht. Wer weiß, was mein Lieblingsessen ist? Warte. Wo hast du das überhaupt her? Ich bin momentan auf einer Diät. Ich esse nichts. Okay, wir haben eh nicht viele Antwortmöglichkeiten. Hä? Grolmon? Dann sagst du, er hat mir das gemacht? Nein, aber ich kann nicht. Ich darf keinen Rahmen oder Kuchen essen. Oder irgendwas in der Art und Weise, solange ich auf meiner Diät bin. Aber es riecht so gut gut. Vielleicht... Vielleicht nur ein bisschen. Lecker. Es ist so lecker. Das ist merkwürdig. Ich kann einfach nicht genug kriegen. Okay. Wir gehen. Und Grolmon. Hi. Das war das erste Essen, das mein Meister in drei Tagen gegessen hat. Sie hat nichts gegessen, äh, und... Ihre Gesundheit ist immer zurückgegangen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ah, sie ist wieder okay. Ähm... Jetzt wo ich ihr die leckeren Rahmen gegeben habe, wird sie bestimmt wieder essen. Danke dir sehr für deine Hilfe. Wenn du nicht gewesen wärst, dann hätte sie mein Meister nicht wiederholt. Ach ja, Grolmon macht sich Sorgen um seinen Meister. So, ich sehe den Shop da oben gerade. Deswegen will ich da mal kurz schnell reinschauen. Was die hier denn so verkaufen. Medical Spray. Ist natürlich ein saugeiles Item. Kostet dementsprechend auch viel. Ähm... Danach habe ich aber auch nicht gesucht. Ich muss immer noch gucken, ob ich irgendwo wieder die Statusveränderung Sachen herkriege. Deswegen schaue ich auch gleich mal in meinem Shop des Vertrauens nach. Kurz um den hier. Du hast doch sowas bestimmt, oder? Multi Recovery. Perfekt. Dann gib mir mal hier ordentlich davon. Egal, ob das viel kostet. Full HP sogar. Hm, nicht schlecht. Aber unwichtig. So. Liefen wir den Job noch ab. Und dann kümmern wir uns um die nächsten zwei Jobs im nächsten Part. Und dann geht es auch endlich nach Odaiba. Gute Arbeit. Ähm, wie wäre es, wenn ich dir ein bisschen Kaffee gehe? Nein, danke. Constant Bragging. Akihabara. Banjo Leomon wird nicht aufhören anzugeben. Mein Freund hat mich gewarnt. Bitte, äh, macht, dass Banjo Leomon aufhört. Müssen wir Banjo Leomon bekämpfen? Dr. Datamon. Okay. Sacred Symbol. Okay. Farm Expansion Plugin. Und hier bekomme ich ein Water Symbol. Okay. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir uns um die Aufgaben kümmern. Also. Bis dann.